Liebe Freisinnige, die FDP ist im Aufwind. Das hat damit zu tun, dass wir in all den Positionen, die die Bevölkerung beschäftigt, eine klare Positionierung haben. Und vor allem auch mit der Willensgeneration und dass wir aufzeigen, wo die Chancen der Zukunft sind. Damit wir am 20. Oktober aber gewinnen, müssen wir mobilisieren. Das können wir machen, indem wir auf die Strasse gehen und die Leute sagen, dass sie die FDP wählen sollen. Bitte hilf auch du uns dabei.